Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück in der Wüste von Algerien. Ja, wir sind auf einem Kamel unterwegs, immer noch in der Haut des besten Archäologen der Welt. Dr. Henry Jones Jr., auch bekannt als Indiana Jones. Und wer ist das da? Ärger. Ich bin sorry, aber dein Wüste ist nicht valid für die Reise aus der Stadt. Okay, ich gehe zurück. Okay, das muss ich nicht mehr, dass hier Wachen patrouillieren. Ich bin sorry, aber dein Wüste ist nicht valid für die Reise aus der Stadt. Woops, my mistake. Yes, and you're going to pay for it. Now, get back to the city. Alter Falter sind das viele von denen. Können wir durch, gut. Ja, zum Nomadencamp schnell. Dann reden wir mal mit dem Nomaden. Waren das vielleicht Nazis? Were they Nazis, do you think? They had pale faces like you, Effendi. Tell me about the foreigners again. I have seen them. Can you imagine? They're digging holes in the sand. Where can I find these holes? Alas, Effendi, to describe that I need a map. And what do you make of this map? Hmm, this X is considerably to the east. Thanks for the information. Okay, dann reiten wir mal weiter. Ah, schneller Indy, schneller. Und da in das Nomadencamp. Hello there. Salam, Effendi. Have you seen anyone digging around here? Well, I have seen foreigners with trucks and equipment. Trucks? Equipment? Where? It's hard to remember. The desert all looks the same, you know. What do you make of this map? Hmm, this X is a little to the south and to the east. Thanks for the information. Okay, Südosten. Benutzer Kamel. So, der nächste Nomade. Hello there. Salam, Effendi. What do you make of this map? Hmm. This X is to the north and slightly to the east. Thanks for the information. Okay, dann wieder zum Kamel. Get back. I'm sorry, but your visa isn't valid for travel outside the city. Hmm. How dare you stop me? I'm a duly sworn officer of the foreign legion, and I stop anyone I please. What would it take to forget we ever met? Well, now. That depends on what you have to offer. Give Omas Statue an Nomade. Here you go, my man. A rare and beautiful soapstone statue. Why, thank you. Go in peace. Nice. Äh. Ich bei dich am besten mal. Norden und ein bisschen im Osten, hat er gesagt. Eine Oase. Hello there. Salam, Effendi. What do you make of this map? Hmm. You are very close to the side. This X is a little to the south. That's about it. Thanks for the information. Okay, then we'll save it again. And use it again. It's coming. There it is. Oh God, I'm coming. It looks like I lost those guys. Okay, then speichle ich nochmal. Gehe zu Ausgrabungsstätte. Ich glaube, da sind jetzt aber Wachen. Dieses Mal zumindest. Okay, nee, ist wieder leer. Dann öffnen wir erstmal hier die Motorhaube. Nehmen die Kerze. Klemmt fest. Schau an. It's missing a spark plug and battery. Okay. Was gibt's hier? Schau an Zelte. The tents are empty. The whole place looks abandoned. It's a ladder leading into the stygian depth. Okay. Nimm ein langes röhrenförmiges Ding. Öffne. Teil Ding. Schau. Ah, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal... Ja, ja. Nimm ein Ton-Ding. Okay. Verrühre... It's an empty clay jar. Verrühre... It's a hose. Verrühre... Keramik-Ding. It feels like a spark plug. It feels like a portable generator. Verrühre kleines Metall-Ding. It feels like an on-off switch. Benutze... Schalter. Nothing's happening. Maybe it's out of gas. Ja, wir müssen nämlich erstmal... Benzin holen. Daran erinnere ich mich. Das war relativ einfach. Dann müssen wir einfach jetzt hier... Bisschen Benzin in den Tonkrug abfüllen. Öffne Benzintank. Benutze Schlauch mit Benzintank. Benutze Lehmbecher mit Schlauch. Benutze Schlauch mit Benzin in den Tonkrug abfüllen. Das ist genug. Die Schlauch ist voll. Nimm... Auch... Gliese... Benzintank. Dann gehen wir nochmal runter. Ah, da ist die Kappe. Wie rühren wir erstmal? Es fühlt sich wie ein Gas-Kapp. Jetzt ist es ört. Benutze Schlauch. Oder benutze... Schlauch. Ich glaube nicht, das wird funktionieren. Okay, ne, da einfach so das Benzin reinkippen. Ich habe den Schlauch in die Pipe geöffnet. Nochmal. Schalter betätigen. Okay. Gucken irgendwie. Der Ton ist gerade sehr leise. Kleinen Moment. War gespeichert. Ich muss nochmal hier in die Position gucken. Irgendwas. Nö, ist alles auf Maximum. Was? So, jetzt habe ich es. Dann schauen wir uns doch mal das Gemälde an. Es ist ein Schlauch von einem Kast oder Arten. Ich habe das schon gesehen. Ja. Das ist die Bundeslade. Sicher? Ganz sicher. Okay, schau an. Brüche gewandt. Drücke Brüche gewandt. Okay, jetzt ist die Musik zu laut. Moment. Entschuldigung, Leute. Ich speichere nochmal. Ich habe nicht jetzt die Einstellung gefunden. Es war Windows. War das MIDI zu leise gedreht. Und ich nochmal hier. Entschuldigung. Das tut mir jetzt gerade echt leid. Müsst ihr gerade mal kurz durch. So. Übernehmen. Laden. Weiter. Was haben wir da? Irgendwie war doch eine Schiffsrippe. Da. Nimm Schiffsrippe. Nutze Schiffsrippe. Mit brüchiger Wand. Dann schau das Wandgemälde mal an. Wer weiß. Es war vielleicht ein Schiff zu Atlantis. Aber jetzt ist es unredebar. Hm. Wer weiß. Es war vielleicht ein Schiff zu Atlantis. Aber jetzt ist es unredebar. Ist das ein Ball diese Figuren sind? Oder ein Ston Desk? Ich kann das nicht aufhören. Es ist ein Schiff. Es ist ein Schiff. Oder ein Archen. Ich habe das gesehen. Ich habe das schon gesehen. Hm. Ich schaue mal an den verlorenen Dialog. Ich schaue mal an den verlorenen Dialog. Deswegen gründete Atlantis zwei Kolonien. Die kleine 360 Meilen nordöstlich der Stadt und die große 450 Meilen südwestlich. Tore des Königreichs öffneten sich nur mit Hilfe spezieller Steine. An den Vorposten genügte ein Sonnenstein, wenn morgen Licht die Hörner badete. In der großen Kolonie brauchte man einen Mondstein, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht brach. Ja, aber wir haben noch keinen Stein. Ach kacke, mussten wir nicht erstmal was von Dings holen, von Trottier? Ah ja, ich glaube, wir müssen erstmal zu Trottier nochmal. Benutze Knopf, nimm Zündkerze. Irgendwie ist es auch schön, dass ich mich gar nicht mehr so richtig erinnere, wie dieser Pfad jetzt weitergeht. Das ist das Schöne. Warte nur ein paar Jahre und du kannst an Spielen, die du schon mal durchgespielt hast, wieder... Oh, ein Stück Papier. Oh, ein Stück Papier. Nimm ein Telegram. Eine Falle für Sophia und Trottier. Das scheint nicht zu funktionieren. Äh. Achso. Benutze Zündkerze mit Motor. Benutze Truck. Wir müssen Sophia retten. Ach ja. Äh, Batterie. Den Unterschied kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Das war irgendwie die Anzahl der Höcker, oder? Ach, ich hab die Dings vergessen. Ich brauch die... Die Zündkerze. Ich hoffe, eine ist genug. Ich hoffe, eine ist genug. Okay, wir drücken noch mal den Schalter. Okay. Wir haben die Schiffsritte. Wir haben Aurecalcum, wir haben die Peitsche, wir haben Kaugummi. Da ist ein Wandgemin. Aber das hilft uns gerade nicht weiter. Kann ich das drücken? Ich kann es nicht drücken. Boah. Komm schon, Floppy, das hast du doch alles schon mal durchgespielt. Es ist ein Bild von einem Kast oder Arkt. Ich habe das schon gesehen. Ich habe eine Bede. Äh, ja. Äh, ne? Irgendwas übersehe ich doch. Doch, die Kalkum kann ich die Motoren nicht starten. Ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jetzt habe ich wieder die Dings vergessen. Die, äh, Zündkerze. Egal. Ich glaube, ich überlege mir was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.